Bau mit Holz ist toll. Genau. Herzlich Willkommen am Walderlebniszentrum Grasrath. In unserem Gebäude sind 330 Kubikmeter Holz verbaut, 330 Tonnen CO2 gespeichert. Langfristig, dauerhaft, nachhaltiger Klimaschutz. Ich finde die Außenfassade sehr schön mit diesen offenen Holzblättern. Man sieht Holz überall, wo man hinschaut. Ich kann sehr gut verstehen, warum man hier viel Zeit verbringen will. Ich glaube, dieses Gebäude wird sicher 100 Jahre alt werden. Und das Tolle an diesem Produkt, finde ich, ist, dass in einem Kubikmeter Holz eine Tonne CO2 gespeichert ist. Wir haben uns verschiedene Bäume angeschaut. Einmal so ein Mammutbaum, der über 100 Jahre alt war und extrem groß und noch irgendwie so weich. Haben wir so ein Spiel zusammen gemacht, wo wir so einen Baum nachgestellt haben noch. Und da war ich die Rinde. Ihr seid alle Borkenkäfer. Schnappt euch den Baum, reißt ihn auseinander. Ja, er wächst, er wächst. Ich war der Bast. Der Bast ist leider aufgefressen worden von dem Borkenpfer von da hinten. Ich habe vieles erwartet, das nicht. Ist schon gut. Interessant. Und auf jeden Fall lustig. Wir befinden uns in der Waldpädagogik im Wald. Und Erlebnis bedeutet, dass wir mit Kopf, Herz und Hand den Wald erleben. Schaut's vorbei und viel Spaß. Schaut's vorbei und viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020